Wer fand einen Weg, um Milch und Wein weniger gesundheitsschädlich zu sein? Simon Unge. Alles war Simon Unge. Guten Morgen, Internet! Wir sitzen hier mit Luise und Robert, denn wir spielen ein weiteres Gemeinschaftsspiel auf der guten Playstation. Ein Playlink-Spiel. Und zwar Wissen ist Macht. Genau, wir haben uns dafür einen Charakter erstellt und der Rest wird schon im Spiel erzählt. Wir können direkt loslegen. Würde ich auch sagen. Und wenn ihr mehr Gaming sehen wollt, hier auch noch auf dem Channel, nicht nur bei mir, auf meinem tollen Kanal. Fortnite! Dann guckt doch dann los. Ja. Bäm, starten. Aber wir müssen gedrückt halten, ne? Starten. Ah ja. Bumm, 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 bumm. Jaha, willkommen zurück bei Wissen ist Macht. Lasst uns gleich loslegen und die Kandidaten vorstellen. Kann nicht mehr lesen, wie es so bleibt neben ihr. Oncu und dieEROZ Liquid Приветionsîn scheinenγ preach. Und ich sage uns gleich von Christina Weas. Der sieht aus wie Jimmy Neutron. Stimmt. Jimmy Neutron. Das ist Jimmy Neutron. Der Arme. Ich erinnere mich an so viel Folgen. Oh, man. Oh, das ist mir aber noch nie aufgefallen, dass wir dann so ein Loch laufen. Äh, gravide. Schön ins Loch laufen. Okay, los geht's. Na, hervorragend. Also, es wird Zeit zu entscheiden, wo euer Abenteuer beginnt. Ich kenn das damit aus, also ich weiß das auf jeden Fall. Ich auch. Gut, da ist die Weltgeschichte. Oh, alle da hinten gewandt sind. Ja, alle. Ich fand das mit am besten. Powerquiz. Ich bin immer noch bisschen krank, Leute. Powerquiz. Hier kommt die erste Frage des Spiels. Wie aufregend. Neun. Denkt daran, Freunde, je schneller ihr antwortet, desto mehr Punkte bekommt ihr. Okay. Und los. Wer fand einen Weg, um Milch und Wein weniger gesundheitsschädlich zu sein? Alles klar. Alles klar. Oh shit, das war falsch. Milchgym. War das nicht Milchgym? Ich weiß es nicht. Weil die gesagt haben, so schnell wie möglich, hab ich irgendwas gedrückt. Und jetzt denk ich mir so, boah, falsch. Bestimmt irgendwas. Falsch hätte es nicht sein können. Nein! Das ist nicht euer Ernst. Ja, pasteurisieren halt, ne? Das klang aber auch nach dem einzigen authentischen Namen. Ja. Ja, pasteurisieren. Und die anderen so Milchjoe und so, das war alles. Das heißt, ihr seid alle meine Helden. Falsch. Basteur. Boah, ich fall so langsam. Yo. Meine Güte. Ich würd sagen, ich führe mal wieder. Unfassbar. Ich führe sonst nie. Gönnt mir das. Fuck mich ab. Aber es geht ja noch bis zum ersten Stärkwist. Gift. Äh, Gift. Oh. Für die Wissenschaft ist aber auch cool. Ich wett, ihr geht alle zu Gift. Richtiger Opfer einfach. Ihr könnt nicht immer klicken, bis ihr wollt. Europäische Geschichte ja langweiler. Du bist ein Lappen. Du bist ein Lappen. Hi, du bist ein Lappen. Einfach mal gegründet. Wie Kenny Leute am Wochenende kennenlernt. Hi, du bist ein Lappen. Oder mit einem Fidget-Spinner. Das hat mir auch schon mal probiert. Für Superaktionen, Leute. Jede stört einen Mitstreiter. Du musst nur einen auswählen. Und dann denjenigen, der sie abbekommen soll. Ja? Ja, welchen Tipp möchtest du? Die Superaktionen wurden gewählt. Schauen wir nach, wer welche... Steck dir die Augen aus. Wenn du mich genommen hast, steck dir die Augen aus. Ich mach mich. Danke, Robibi. Sein Lieb, komm. Steck dir die Augen aus. Danke für nichts. Double Slide. Ich hab Robert gewählt. Alles gut, chill. Mach die Hand runter. Mach die Hand runter. Hallo, ich hab niemandem was getan. Sehr gut. Ich hab die wenigsten Punkte. Ich hab die wenigsten Punkte. Yes. So, Freunde. Als ob. Das gönn ich dir nicht. Robibi. Hab ich vielleicht mich verdrückt. Haha. Ich steck dir die Augen aus. Jareph. Ich schneid dir die Ohren ab. Jareph. Jarephs came from nowhere. Welche Städte verwandt die Telegrafenleitung, die Siemens und Halske 1848 49... Ja genau. Als ob, Alter. In welcher Städte verwandt die Telegrafenleitung. Oh, bei mir ist alles voll. Keine Ahnung. Nein, ich glaube es ist... Habt ihr alle gewählt? Ha, Kelly. War. Du musst alles freirubbeln. Ich hab keine Ahnung, man. Oh Gott. Ich glaub Berlin und Wien. Boah echt? Jetzt könnte es echt... Das ist so abwegig mit Kiel und wie es mal das kann. Nein! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da ist es. Da ist das Ding. Nicht mal ansatzweise im Plan gehabt. Voll richtig. Respekt. Yes. Komm ich gönn dir. Yes. Da ist die Führung. Nee doch nicht. Scheiße. Andere Punkte werden ja noch aufladiert. Voll die dreckige Lache. Und da sind wir wieder bei den Kategorien. Was machst du denn als nächstes für einen Effekt haben, Kelly? Oh nee. Einfrieren. Ich werd manipuliert hier. Ich werd einfach manipuliert. Gebt nur eine Tür, wo wir alle hingehen, oder? Ganz klar Deutsch. Ey ohne Mist. Das kann nicht euer Ernst sein. Deutschland. Es gibt ja Auswahl. Fuck. Ich wollt nen Joker machen. Fail. Deutschland. Fail. Okay. Ich bin traurig. Doch. Natürlich. Nein. Zeit zu überlegen, wem man ein bisschen zügeln sollte. Ey ich hasse dich. Freilie. Ja alle auf Freilie. Superaktionen wurden verabreicht. Aber wer bekommt welche Superaktionen ab? Oh mein Gott. Oh toll, ich dachte gerade. Ja. Robert. Hey. Warum tust du das schlecht? Was seid ihr denn für Menschen? Super. Wenigstens du bist nett zu mir. Was denn? Ich hab gar nichts getan. Eben, deswegen sag ich ja wenigstens du bist nett zu mir. Danke. Oh Mann. Kork hab dich nicht gewillt. Danke. Ja. Du hattest gar keine. Triggered. Yay. Von Kelly. So. Hier ist die Frage. In welcher Stadt steht die größte erhaltene romanische Kirche der Welt? Der Welt. Der Welt. Köln. Größte romanische Kirche der Welt. Oh Gott, jetzt bin ich echt. Oh Gott. Ich muss das alles frei kratzen. Kill alone, bitches. Weimar. It's the dome. Oh nein. Oh. Das ist nicht romanisch. Was? Ich dachte, das wäre Ulm. Der ist doch größer als Köln. Hast du trotzdem Köln gewählt? Ja, weil ich dachte, wieso ist das in Ulm dann? Das wäre Ulm. Weimar Köln. Spare. Ja toll. Das heißt, es entscheidet sich jetzt alles in dieser Bonusrunde, wo wir richtig husteln können. Das ist euer Ernst. Wir haben wieder was dazugelernt, ne? Sachen verbinden wieder. Das ist unfair. Das ist unfair. Sachen verbinden ist der Shit. Sachen verbinden ist der Shit. Verbinden. Okay, das ist das letzte Game jetzt läuft. Es geht um alles, Leute. Es geht um alles. Es geht um alles. Konzentrationssprache. Zeit für eine Verbindungsherausforderung. Hier erstellst du eine Verbindung, indem du von einem Wort zum anderen ziehst. Liegst du richtig, verschwinden die Wörter und neue erscheinen. Welches Danke gehört zu welcher Sprache? Ist nicht euer Ernst. Das ist schlecht. Es ist schwer. Hier, Pascal. Oh Mann, ich bin so schlecht im Verbinden. Hm. What the fuck? Oh, ich bin so schlecht. Nein, alles gut. Kannst du, schlecht als ich sein? Oh. Hey, bei mir ging's grad nicht mehr weiter. Oh mein Gott. Tuck, tuck, tuck. Wieder, du kannst nicht schlechter als ich sein. Und sie hat wieder alles geschafft, alle Fragen. Das ist so ein Bullshit, Mann. Jetzt hast du gewonnen, wahrscheinlich. Doch, doch nicht. Doch, hast du. Alter, Robert, hat er auch nur noch einen? Ich hatte nämlich noch eine Gerüche am Ende. Ich bin's nicht gewonnen zu gewinnen, das ist ein richtig schönes Gefühl. Luisa hat gewonnen, muss man jetzt sagen. Wir haben nicht nur noch gesagt, wir spielen bis zum ersten kleinen Stern. Kelly, du bist glücklich darüber, ne? Find's gut. Kriegst nachher ne schöne Massage von uns allen hier. Ich hab für das Team Frau gespielt, deswegen hat Kelly auch gewonnen. Das ist ein wahrer Genuss-Gesichtsausdruck hier. Das spricht wieder für meine Massagekünste. Leute, wenn ihr noch mehr, wenn ihr noch mehr Team-Spiele sehen wollt, dann abonniert gerne den Kanal. Wir spielen natürlich auch gerne noch mal ein paar wunderbare Playlink-Spiele mit euch. Auch ein bisschen längere Folgen, wo wir vielleicht keinen Absturz haben. Passiert manchmal. Schaut auf jeden Fall bei anderen Funk-Kanälen vorbei, bei uns. Lasst ein Like da, ein Abo. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bis dahin und ciao.